Hallo bei dem Spielzeugtestern! Hallo! Weißt du noch wie der Teddy hieß? Magical Love! Magical Love! Wie heißt der? Der Teddy heißt tatsächlich so... Ich zeig euch mal die Packung. Und der spricht sich Magicale aus. Magicale. Magicale. Das ist Französisch. Und das ist ein kleiner magischer Teddy. Magischer Teddy. Genau. Und das ist nämlich ein kleiner Teddy, den man super gut mit ins Bett nehmen kann. Stimmt? Den musst du erst anmachen, Schnucki. Hallo? Den musst du erst anmachen, Schnucki. Der hat hier hinten in seinem Rücken... Eine Batterie drin. Drei Batterien sogar. Ja und einen Anzeiter. Genau. Und dann hat man hier unten... Moment. Einen Anzeiter. Hier unten habt ihr an, aus und auf Demo. Im Moment ist er aus. Wir machen ihn mal an. Demo. Und was ist Demo? Demo ist... Guck mal, den kann man doch immer testen. Stimmt's? Wenn der im Laden steht. Dann steht hier Try Me. Das heißt, probier mich aus. Das ist so ein Demo-Modus. So. Wir machen seinen Rücken mal wieder zu. Und dann zeig ich mal erst mal, dass er leuchtet... Hallo? Hallo? Dass er leuchtet, wenn du ihn auf... Hallo? Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute zeigen wir euch den Teddybär vor. Richtig. Mal gucken. Das war zu lang, Hannah. Nicht ganz zu lange. Texte. Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute zeigen wir euch den Teddybär vor. Richtig, ne? Mal gucken. Ha. 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 Oh. Hast du ihm eine Fluse aus dem Fuß gezogen? Mach mal das Licht aus, Hannah, damit man das Leuchten... Das da hinter dir. Dann sieht man das... Uah! Magicala ist runtergefallen. Und das andere auch? Das bringt gar nicht so viel, ne? Dann machen wir mal das große Licht aus. Der leuchtet nämlich in den sieben Farben des Regenbogens. Das muss auch aus. Ja, aber ich glaube, denn es ist zu dunkel. Cool. Ui. Oh ja, cool. Man sieht tatsächlich was. Ich könnte es in der Kamera sehen. Ja. Aber das ist orange. Und der ist... Gelb. Der ist super kuschelig weich. Blau. Blau. Blau gibt's. Jetzt wird's lila, Hannah. Lila. So violett, pink. Und der leuchtet fünf bis sieben Minuten. Lila. Woh! So, alle mal ganz leise sein, damit Hanna das nicht hört. Du hältst ihr mal die Ohren zu. Was sag ich denn? Habt ihr eine Idee? Spätzi, schlafe schön, süße Träume. Ich hab's gehört. Was? Du hast geschummelt. Drück drauf hier. Es gibt kleine Kinder, die können nicht einschlafen, wenn das dunkel ist. Und dann haben sie den kleinen Teddy und können auf den Bauch drücken. Und dann können sie den nehmen und kuscheln. Und wenn die Mama oder der Papa dann auch noch was Liebes draufgesprochen hat, zum Beispiel, Hanna, ich hab dich ganz doll lieb. Und wenn du dann nicht schlafen kannst, dann drückst du hier auf die Pfote. Und schon bist du nicht mehr alleine in deinem großen Bett. Oh, ich glaub, die Hanna schläft schon ein. Ja, Hanna kann auch ohne Teddy einschlafen, oder? Ja, ich kann auch im Dunkeln. Du bist ja schon groß, ne? Ja, und ich kann schon mit deinem Baby, dann passe ich auf das Baby auf. Was? Ja, und wenn es mal weint, dann komme ich zu ihm und dann bringe ich das in mein Bett. Nur wenn es Lust hat. Und machst du das auch mit dem Teddy? Ja. Darf ich bei dir schlafen? Ja. Okay. Mein Süße. Und ist er weich, Hanna? Ja. Der ist wirklich kuschelig weich. Da kann man super mit knuddeln. So, dann verabschiedet euch mal ihr beiden, sonst wird unser Essen kalt. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Tschüss. Soll ich mal drauf sprechen? Ja. Hier ist dann, hier könnt ihr das Mikro sehen. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Ich weiß nicht, was du gesagt hast, gar nicht. Tschüss. Tschüss. Und so sieht es aus, wenn Hanna schlafen soll. Es ist Schlafenzeit. Ich schlade. Ich schlade. Ich schlade. Ich schlade. Ich schlade. Ich schlade. Ich schlade.